In die Dunkelheit. Kreativtage in der Volksschule Haringsee. Seit vielen Jahren gilt es in der Volksschule Haringsee im Herbst Kreativtage. Eine Woche lang basteln, tanzen, malen und singen die Kinder. Sie lernen viel Interessantes und haben auch keine Aufgaben. Seit vorigem Jahr ist auch die Volksschule Leopoldstorf mit dabei. Die beiden Schulen haben eine Kooperation. Dieses Jahr war das Thema in die Dunkelheit. Was hat dir in der Kreativwoche am besten gefallen? Dass wir leuchtende Eulenbilder gemalt haben.